Losgehen. Und das entspannen. Schöner Regen. Ja. Ja. Kalt die Reifen, man. Der sitzt fast nur. Alter, Heimel, du bist ja noch ganz doll. Oh, der springt ja woher. Der geht ja hier. Aber vorne mal ruhig. Der Heimel, da ist ja noch eine Waffe. Der geht ja da in die Eisenbeeren. Volle Granate. Wer ist Erster eigentlich, ne? Ne, jetzt wird er. Weiter. Wer ist Erster? Rosberg. Echt? Ja. Schon wieder Rosberg. Tante Rosi. Tante Rosi, ja. Was ist jetzt hier Rosberg, Mann? Ich muss mal hier Reifen warm machen und nicht hier rumgammeln. Wer gammelt hier auch rum, hier? Wie die Kurve, oder? Ich bin mal gespannt, ob da ein Stationcar kommt. Sowieso nach der ersten Kurve. Also die ist so... Na ja, gut. Also durch. Die Reifen kühlen immer mehr ab. Ich krieg sie gar nicht mehr wie immer. Und die Bremsen. Oh, ich freu mich schon wieder nach dem Brennen aufs Bier, Alter. Ich hab schon jetzt schon Durst, Alter. Haha! Ne, der Kaffee... Der letzte Kaffee schmeckt nicht an. Das ist immer so. Vielleicht brauchst du ein bisschen PS in den Hut, ey. So. Dann einfädeln wir. Ach, wie denn? Hat dann auch ein schönes Rennen, ne? Genau. Mal sehen, was da rauskommt am Ende, da bin ich mal gespannt. Hoffentlich bleibt meine Karre heil. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Hm. Gut. Oh, hinter mir ist Friat, ey. Ich bleib ganz außen. Ich bin ins Außen an der Kurve. Und durch die Ruhe stoppen. Jawohl. Ja, dann mal los. Aber hier haben wir die Kurve. Ja, dann mal los. Aber hier haben wir die Kurve. Ja, dann mal los. Lass mich in Ruhe! Lass mich los! Lass mich doch los! Scheiße. Für der Rossberg, ey. Boah, der steht hier so. Von der Kurve stand der übelst. Vorsicht! Der blöde Rossberg hat bestimmt die Zeit gekostet. Das Jagen war bei Himmel. Der hat mich ja schön verbremst. Ja. Puh. Jetzt sag mal, hast du hier schon wieder die Hälfte der Verhalten ausgemacht, oder? War nichts ausgemacht. Ja, genau. Die Kurve hast ich hier wie die Presse. Ich wurde gedreht und gewickst, Alter. Ja, das war ja. Ich mochte ich noch nie die Kurve ändern. Die ist scharfe. Zu längst. Ja. Boah. Das ist mal wieder ein Drift vor, oder? Fack ich dir, du. Fast in Strafe, ey. Im. Die. Der ist schön, Herr. Ja. Gebel. Ent saber. Das ist schön, wie ich schon wieder. Du. Die. Dessert. Die. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiß 5 Sekundenstrafe, Alter. Scheiß 5 Sekundenstrafe, Alter. Hat 5 Sekundenstrafe? Ja, möglich. Wurstfahrtsstrafe. Ja. Das ist so stark. Sag mal, irgendetwas hat es doch geendet hier. Nein. Und dann sind es deine Einstellungen. Nicht vom Spiel. Oder von der Session. Ohohoho. 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 15 Minuten. Ohohoho. Ohohoho. Ohoho. Ah, ja. Ohohoho. Boah, noch wieder aus Sektor gezogen jetzt gerade. Und mir auch in der Ruhe schon entspannt. Ja da sowieso. Aber die andere, die lange Linkskurve. Da ist so einen kleinen Knick zwischendrin und danach, da hab ich Probleme ey. Mit dem Scheißleifen lief da raus. Nur am Splitter. Ja, ja, ja. Etwa fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Und dann kommen wir mit dem Benzin noch raus. Und dann kommen wir mit dem Benzin noch raus. Und dann kommen wir mit dem Benzin noch raus. Und den Boxenstopp müssen wir gar nicht machen oder was? Nee, wenn es regnet oder so ist es keine Pflicht mehr. Boah, der hat fast auf den Dreck geklappt. Oh, woher ist denn da? Wer steht da auf der Strecke? Oh, da ist er. Hamilton, lass das nach! Oh, ich darf jetzt mich hier wieder raus. Du bist nur an Briden, Alter. Ja. Wahnsinn, ich hab nur eine Prävano. Boah. Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Ja. Ja. Wir sind jetzt bei fast 40%. Ja. Ich hab' die Schauspieler gemacht. Wir haben den €9 nicht mehr gerät. Aber es ist nicht nur ein... Ich hab' die Schauspieler gemacht. Ich hab' den Runden. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 18,4 Sekunden. Die Lücke, die Lücke, die Lücke, die Lücke und die Lücke. Die Lücke, die Lücke, 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 die Lücke. 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 Die Lücke, die Lücke, die Lücke. Die Lücke, die Lücke. Die Lücke, die Lücke, die Lücke. 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 Du hast einen der Gänge verloren. Ja, klar. Die Lücke, die Lücke, die Lücke, die Lücke. kam gerade aus der box und hülkenberg haben wir auch noch genau jetzt rennen vorbei hohoho was glaubst du da ja ja Die Reifen sind aber auch nicht mehr so, die sind fast runter. Zuerst längst Zeithöhe, das kommt gleich. Jawoll, mit der Bier doppelt gut. Ja, und ich hab Hamilton auch in der Schikane vor dem Startziel. Ja, sehr schön. Das war knapp. Ich hab extra mal fettgestellt. Ja, das war hart, ja. Hartes Rennen. Ich tappen auf 12 und hab keine Punkte bekommen. Ich hab eigentlich einen Handeln ran. Rostberg, wo ist Rostberg? Rostberg ist bestimmt ausgeschieden. Der ist nur noch hinten in die Küppel reingefahren. Ich brauch ihn nicht mehr loslassen. Der hat sich eine neue Frontschürze gekauft. Der hat sich eine neue Frontschürze gekauft. Der hat sich in die Küppel reingefelt. Der hat sich in die Küppel reingefelt. Die Küppel reingefelt. Der hat sich in die Küppel reingefelt. Der hat sich in die Küppel reingefelt. Der hat sich in die Küppel reingefelt.